Also die Frage nach der Qualitätssicherung auf einer Plattform ist sehr spannend. Ich glaube, dass durch die Menge der Benutzer und Anbieter, die sich auf der Plattform tummeln, typischerweise, wenn man den Traffic erzeugt hat, eigentlich automatisch schon eine gewisse Qualität sichergestellt wird. Man kann es natürlich über Bewertungsmechanismen machen, dass quasi jeder Nutzer verschiedene Services bewertet und kommentieren kann. Und ich glaube, durch diesen Crowd-Ansatz kann man da gute Möglichkeit auch günstig die Qualität sicherzustellen.